Bei der kleinen Männerfigur ist es nicht der Schuh, der auffällig als Farbe ist, sondern es ist bei diesem Mann die Krawatte. Manche Männer leben ja nur über ihre Krawatte und man erkennt an der Krawatte den Kerl. Hier ist die Krawatte rot, aber etwas schlaff gebunden. Das Hemd gestreift, vielleicht blau, weiß. Dazu eine elegante Hose. Und jetzt kommt das eigentliche Problem. Wie so häufig im Leben stellen sich Schranken in den Weg. Er will eine solche Schranke überwinden. Das ist ein ganz aktueller Lebensprozess. Schafft er es? Schafft er es nicht? Stolpert er dabei? Was stellt sich ihm in den Weg? Sein Chef, eine nächste Bewegung hin in eine noch größere Karriere. So sind wir orientiert. Schranken zu überwinden, ins Grenzenlose. Nur innerlich, in uns, ist alles in der engen Kiste biedermeierlichen Seins. Schauen Sie, es ist alle. Gehen. Schauen Sie, es ist alles in der right. Schauen Sie, es ist alles in der Kiste biedermeierlichen Seins. Schauen Sie, es ist alles in der Kiste. Vielen Dank.